Ich möchte heute über einen Ort in der Bibel sprechen, im Alten Testament und dieser Ort nennt sich Masa und Meriba. Der Ort Masa und Meriba und wir werden uns heute gemeinsam eine Frage stellen und hoffentlich haben wir am Ende der Predigt eine Antwort und die Frage in Masa und Meriba ist, wo bist du Gott? Hast du dir mal diese Frage gestellt, Gott, wo bist du? Du? Hat sich jemand die Frage, alle heilig hier, okay. Und vielleicht bist du heute hier und du denkst dir so, ey Henoch, genau deswegen bin ich hier. Ich bin neugierig, wo ist dieser Gott? Vielleicht bist du zum ersten Mal in der Church und sagst, ja, nun beweisest du mir in den nächsten 20, 30 Minuten, wo Gott ist. Oder du bist hier, keine Ahnung, der perfekte Christ und sagst, Henoch, was soll das, was ist das für eine Predigt? Schau doch, so ganz easy, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort ist? Genau, das seid ihr, die es gerade Gott gesagt haben. Und ihr sagt so, Bro, wenn du Gott suchen willst, dann schau doch in seinem Wort. Und dann gibt es vielleicht den Skeptiker heute hier und der sagt so, ich will jetzt nicht nur irgendwie Emotionen und gutes Gerede, sondern gib mir Gründe, gib mir Argumente, wo Gott ist. Weil unsere Gesellschaft fragt sich, wo Gott ist. Keine Ahnung, wenn ich meine Energierechnung anschaue, frage ich mich auch, wo Gott ist. Auf jeden Fall nicht in meinem Portemonnaie. Die Charismatic hier unter uns, die so ein bisschen, hier sagt, ey, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, ist das da, wo Worship und Anbetung ist, dort ist Gott. Und dann haben wir alle diesen einen Christ als Freund, diesen Naturfreund. Wenn du lachst, bist du das vielleicht. Und du siehst Gott überall, der Wind kommt und sagst, ich sehe den Wind nicht, aber ich spüre den Wind, genau wie den Heiligen Geist, ich sehe ihn nicht und ich spüre ihn. Du siehst Gott in allem. Aber ich möchte uns heute alle herausfordern, egal in was für einer Journey wir sind, dass wir mal diese Spannung aushalten und diese Frage stellen, wo bist du Gott? Ich habe herausgestellt, dass wir uns, wenn wir uns taffe Fragen stellen und uns, wenn wir nicht davor wegrennen, dass wir eigentlich zu viel tieferen Erkenntnissen und Wahrheiten kommen. Und das wollen wir gemeinsam haben, wenn du eine Bibel hast, schlag gerne mit mir mal 2. Mose 17, 7 auf. Und Mose gab dem Ort den Namen Massa und Meribah wegen des Streitens der Söhne Israel. Und weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte? Ja oder nein? Im Hebräischen bedeutet Massa und Meribah Prüfung, Probe. Das Volk Israel wurde auf Probe gestellt und sie stellt sich die Frage, Gott, wo bist du? Und wenn wir jetzt diese Stelle lesen, können wir uns denken, so okay, ganz normale Frage, aber wenn wir uns den Kontext anschauen, ist crazy, was hier passiert. Einige Kapitel davor wird das Volk Israel von der Sklaverei befreit. 400 Jahre in Gebundenheit, 400 Jahre in Schmerz, 400 Jahre in Trauer und dann kommt ein Moment und Gott sendet Mose und das Volk Israel wird befreit. Und wie wir befreit sind von diesem Ton, was irgendwas, white noise. Und die Heizung, praise God. Und 400 Jahre und dann in einem Moment, sie werden befreit, haben diese ganzen Wunder Gottes erlebt. Haben gesehen, wie Gott gewirkt hat. Und dann sind sie vor dem Roten Meer. Und ich liebe dieses Wunder vom Roten Meer. Wisst ihr, wie meine Mutter mir das damals erklärt hat? Sie hat eine Schüssel damals genommen, dann hat sie so einen Kochlöffel genommen. Kochlöffel war immer gefährlich, wenn wir das als Kinder gesehen haben. Egal, ich verarbeite meine Kindheit. Dann hat meine Mutter den Kochlöffel genommen und hat dann immer ans Wasser drauf gestanden. Bam! Dann hat sie zu mir und meinem Bruder gesagt, genau das hat Gott gemacht. Er hat das Wasser geteilt, er hat das Meer geteilt. Und ihr sollt wissen, wenn ihr irgendwann groß werdet, egal was für eine Herausforderung in eurem Leben ist, wir glauben an einen Gott, der einen Weg macht, wo kein Weg ist. Come on! I got a preaching, Mom! Komm, wo sind alle praying? Meine Mutter hat mich zu Jesus reingebetet. Sie hat viel geweint, weil sie die Briefe von den Lehrern bekommen hat. Oh my goodness. Und hat viel gebetet. Und ich liebe dieses Wunder vom Roten Meer. Überlegt euch, das Rote Meer teilt sich und sie laufen durch das Rote Meer und sehen hinter sich die Feinde und vor sich das versprochene Land. Und dann kommen sie in der Wüste und dann fangen sie an zu streiten und fangen an, Fragen zu stellen und sagen, Mose, was... Geht ab, Mann, wir haben Hunger. Und dann fällt vom Himmel Brot. Manna! Ey, überleg mal, du siehst, wie vom Himmel Brot fällt. Das ist ein Riesenwunder. Ich habe noch nie Brot vom Himmel bekommen. Es wurde Worship gemacht. Die haben Wunder erlebt. Brot ist vom Himmel gefallen. Und dann sind sie an diesem Ort, Master und Meriba, und sie sagen, Gott, wo bist du? Am liebsten, ich würde in die Bibel reinspringen und den Leuten sagen, seid ihr bekloppt oder was? Ihr habt doch genau gesehen, was Gott getan hat. Habt ihr nicht die Wunder gerade erlebt? Ihr habt doch gerade Gott geworshipped und gedankt und dann im nächsten Moment sagt ihr, wo bist du, Gott? Ist es nicht wie in unserem Leben? Sonntag beten wir Gott an und Montag sagen wir, Jesus, what's wrong? Auf der Arbeit, wenn unser Chef kommt. Oder wenn wir in der Schule sind, wenn wir in der Universität sind. Wer kennt das? Sonntag, Gott ist irgendwie da und Montag fragen wir uns, Gott, bist du da? Bin ich überhaupt noch da? Ich bin noch im Halbschlaf. Wir alle stellen uns die Frage, Gott, wo bist du? Ich hatte einen Moment, als ich als Missionar in New York war, ich hatte so eine Entzündung gehabt an meinem Fuß und es ist dann so weit gegangen, dass ich neun offene Wunden an meinem Fuß hatte und es war halt crazy. Ich war beim Arzt in Amerika. My Goodness, egal. Und die Kameras sind an. Ich bin so dankbar für unser Gesundheitssystem hier. Egal, was die letzten Jahre waren, wir sind trotzdem noch gesegnet. Auf jeden Fall, die haben das kontrolliert und meinen so, oh, das ist gefährlich, das sieht aus wie sogar ein Gift. Und ich so, what? Wie ist das passiert? Und dann haben sie gesagt, ey, wenn es deine Nerven trifft oder dein Knochen, dann müssen wir deinen Fuß abhaken. Und so hat sie es mir gesagt. Ich so, wie bitte? Ja, ja, so, wenn sich das verbreitet, dann müssen wir ihre Füße abhaken. Ich so, what? Das erste, was ich gemacht habe, ich habe meine Mutter angerufen, Mama, come on, ey. Real man, call their moms. Wenn meine Frau jetzt hier wäre, würde sie nicht Amen sagen. Und ich habe meine Mama angerufen, und ich sage so, Mama, das haben sie gesagt, und meine Mama sagt so, ey, entspann dich. Und meine Mama fängt an, aus der Bibel zu sagen, wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium predigen. Und ich so, Mama, das ist gar nicht schön. Gerade sagt so, du musst jetzt glauben. Mein Vater, sofort Flug gebucht, du kommst nach Deutschland, Uniklinik Frankfurt, wurde alles kontrolliert, habe Medikamente bekommen, Praise God, alles ist gut. Ich trage diese neuen Wunden immer noch mit mir mit als Zeichen, dass Gott Heilung gebracht hat. Aber zu dem Zeitpunkt, ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du? Ich weiß doch, in dem Moment, halb der Gott, bist du noch da? Ich weiß doch, ich habe damals meine Verlobte, Betty, übrigens eine wunderschöne Frau, my goodness, sie ist so schön, das Zelt würde richtig, die Sonne würde hier aufgehen. Und ich habe damals, ich habe mit ihr dann geredet, und ich habe gesagt so, ey, würdest du mich auch heiraten, wenn ich keine Füße habe? Und sie sagt so, was ist los mit dir? Ist alles noch klar? Ich habe gesagt so, Schatz, schau mal, ich bin schon so klein, aber wenn ich keine Füße habe, so. Ah, pain, pain, that's my life. Aber David war auch klein, aber gesalbt, komm mal. Nicht euer Pastor, ich rede von König David. Oh my goodness. Praise God. Und zu diesem Zeitpunkt, ich habe Gott gefragt, ey, bist du da? Weil ich diene dir, ich bin auf Mission, es muss doch alles laufen. Aber ich habe mir diese Frage gestellt und ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich ein Gedicht geschrieben, um einfach, und ich nehme euch mit diesem Gedicht mal hinein in meine Gefühlswelt. Ich habe geschrieben, wo bist du Gott? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht, ich öffne meine Seele, doch du bist nicht, wow, der Herr kommt. Du bist nicht da, doch ich will dein Licht, ist es noch wahr, bin ich dein Kind. Es fühlt sich an, wie tausend Jahre, doch in Wirklichkeit nur ein Tag, ist aber ein Tag nicht wie tausend Jahre, Gott, ich erspare mir die Frage. Es macht mich fertig, Verzweiflung ohne Ende. Bist du noch gegenwärtig, wann kommt endlich die Wende? Wann kommt die Wende? Wann kommt der Durchbruch? Wann wirkst du in meinem Leben? Als das Volk Israel in der Wüste war, waren sie blind und taub für Gottes Wirken. Es ist nicht krass, dass oft in den Zeiten der größten Wunder in unserem Leben, dass manchmal auch die größten Zweifel da sind. Crazy, gerade auch in unserer westlichen Welt, wo es uns so gut geht und wir eigentlich unglaublich gesegnet sind, doch trotzdem sagen, wo bist du Gott? Frag mal andere Menschen, die nicht wissen, ob sie morgen überhaupt essen. Ich finde das voll krass, die Wüste, sie macht dich blind für das Wirken Gottes. Sie macht dich taub und gerade, wenn sie uns taub macht, ist es gefährlich, weil die Bibel sagt, das Glaube, vom was kommt? Es kommt vom Hören, vom Wort Gottes. Das heißt, ich muss hören, um zu glauben. Ich brauche nicht meine Augen, um zu glauben, weil ich laufe nicht in dem, was ich sehe, sondern ich laufe im Glauben. Und das ist Faith, Leute. Aber wenn ich nicht höre, bedeutet das, wo ist der Glaube? Es gab es davor vielleicht ein Hören in der Zeit, wo ich nicht in der Wüste war und deswegen, Freunde, es ist ganz wichtig, wenn über das Thema Glaube und in der Wüste, in der Wüste, wo du blind und taub bist, brauchst du einen tieferen Glauben als sonst. Einen Glauben, der jetzt nicht darauf basiert, ob du nochmal wieder ein Wort hörst, sondern das Wort in dir verinnerlicht hat. Deswegen sagt König David, ich habe das Wort Gottes in mir versteckt, dass ich in Zeiten der Not nicht gegen ihn sündige. Das Wort Gottes ist tief in mir drinnen. Freunde, es brauchte Glauben, dass das Volk Israel von der Sklaverei befreit wird, doch es braucht noch mehr Glauben, in der Wüste zu überleben. Es brauchte Glauben, dass du errettet worden bist, doch es braucht noch weiteren, tieferen, festen Glauben, dieses Leben als Christ nun zu leben. Sorry, christliches Leben ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und oft haben wir so Predigen, jetzt ich werde Christ und born, jetzt kommt meine Frau und dann kommt das und dann kommt diese. No, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selber. Das bedeutet, dein Ego am Boden. In dieser Welt werden wir immer noch Probleme haben. In dieser Welt sind wir nicht von diesen ganzen Dingen verschont, doch es gibt einen Unterschied. Damals war ich alleine im Sturm, doch heute ist Jesus Christus an meiner Seite. Come on, ich gehe nicht alleine durch den Sturm, weil Gott mit mir ist, auch mitten in der Wüste. Ich brauche einen tiefen Glauben. Ja, der Glaube hat mich von dieser Sünde befreit, der Glaube hat dich befreit von dieser Sucht, es hat dich befreit von dieser toxischen Beziehung, es hat dich befreit von dieser Negativität, doch es braucht weiteren Glauben in das versprochene Land hineinzulaufen. Tieferen Glauben. Und deswegen ist wichtig, dass wir, wenn wir sonntags hier zusammenkommen, dass unser Glaube nicht nur gestärkt wird, sondern dass es richtig Wurzeln trägt und in die Tiefe geht, im Verstecken, wo keiner es sieht. Ein Baum mit tiefen Wurzeln in der Erde ist ein Baum, der steigt. Und es ist so krass, wir haben momentan, wir haben einen neuen Trend. Wir haben wie so einen neuen Trend und dieser neue Trend heißt The way back is easy. The way back is easier. Wir haben einen neuen Trend in unserer Zeit, wo es irgendwie einfacher ist, zurückzugehen zu dem Alten und zum Bekannten, als vorwärts zu laufen, zu dem, was Gott für uns verheißen hat. Es ist viel einfacher, in Sünde zu leben. Freunde, es ist viel einfacher, my goodness, in Stuttgart, ich weiß nicht, wie es hier ist, wenn du Auto fährst, du hast das Gefühl, du musst dich jeden Tag mit irgendjemandem schlägern. Es ist viel einfacher, nach deinen Gefühlen zu gehen, als wirklich zu sagen, Holy Spirit, help me right now, in Jesus' name. Versteht ihr, was ich meine? Es ist viel einfacher. Weißt du, was das Volk Israel gesagt hat? Es gibt Bibelforscher, die sagen, dass es einige aus dem Volk Israel gab, die zurückgegangen sind nach Ägypten. Und es gibt Versen, mehrere Versen in der Bibel, wo es sagt, oh, in Ägypten hatten wir Fleisch. Das verstehe ich. Aber in Ägypten hatten wir Zwiebel. Zwiebel! Das sagt die Bibel. We had meat and onions. Und ich denke, okay, bei Fleisch verstehe ich dich, Bro, aber Zwiebel! Du gehst doch nicht, und oft gehen wir für so unnötige Dinge wieder zurück zum Alten, zurück zu dieser alten toxischen Beziehung. Diese Person, wo wir wissen, sie tut uns nicht gut. Es ist immer einfacher, in dem Alten zu leben, in deiner sündigen Natur zu sein, als das Neue anzunehmen, wer du in Christus bist. Und deswegen leben wir in der Zeit, wo viele sich von Jesus Christus abwenden und viele public gehen auf YouTube, Instagram, manche auf Facebook und sagen, that's why I'm leaving Christianity. Freunde, in einer Zeit, wo Menschen public gehen und sagen, wir wenden uns von Jesus ab, braucht es die Kirche, die sagt, wir gehen public und wir laufen zu Jesus zu. Komm mal, wer es glaubt, sagt Amen. My goodness. Ey, ich möchte public mit meinen Faith gehen. In der Zeit, wo Leute, und das passiert ganz besonders mit Millennials Generation, wir kennen alle Leute, die sagen, the way back is easier, weil sie an diesem Ort Massa und Meribah sind. Dieser, das ist nicht ein neues Phänomen, das gab es schon immer. wie die Bibel sagt, nichts Neues, Salomon sagt, nichts Neues unter der Sonne, es ist alles schon offenbart, diese Dinge gab es schon, immer. Die Welt war schon immer crazy und sie wird immer auch crazy sein. Letztens kam jemand auf mich, so, Herr Doc, Netflix, das sind so alles verrückte Serien und so, was passiert hier und Endzeit und alles mögliche. Und ich so, wir können über Endzeit in einem anderen Thema reden, aber wir reden nicht über Endzeit, weil in Netflix ein Film läuft, der nicht die christlichen Werte repräsentiert. Netflix wird immer säkular sein. Die Welt wird immer weltlich sein. Hoffentlich ist die Kirche immer Jesus ähnlicher. We need to make sure that the church is clean, dass die Kirche on fire ist und auf Jesus schaut. Die Welt wird immer die Welt sein. Deswegen sind wir berufen, Einfluss zu nehmen und Veränderung zu bringen und nicht dafür zu beten, dass in Netflix irgendwann auch mal christliche Filme kommen. Wenn, praise God. Ich habe gerade einen Film im Kopf, aber das erwähne ich nicht. Ich möchte mit euch drei Szenarien anschauen und in diesen drei Szenarien werden wir erkennen, warum oft der Mensch an diesen Punkt kommt, wo wir sagen, hey Gott, bist du noch da? Seid ihr ready dafür? Das erste Szenario ist, wenn alles zu viel ist. Das ist Überforderung. Wer war schon mal überfordert? Während der Pandemie Studium, Arbeit, Ehe, Familie. Ey Leute, meine Frau würde mich dafür jetzt auch auslachen. Für mich war die Geburt und alle anderen lachen mich auch, alle Mütter denken, was redet ihr darüber? Für mich war die Geburt so heavy, ich habe locker zwei Wochen danach geheult. Ich kam nicht drauf klar, dass einfach so ein süßes, kleines Mädchen auf die Welt kommt und sie hat einfach meine Augen. Ich kam nicht drauf klar, als ich ihre Augen gesehen habe, ich habe geheult. Ich so, das bin ich. Und ich denke mir, wirklich das größte Wunder in meinem Leben, ich habe erlebt, Freunde, in Zeiten von Erwirkungen, wie Blinde sehen konnten, ich habe erlebt, wie Gott kranke Wunder gemacht hat, wie er Menschen gehalten hat, aber das größte Wunder habe ich jetzt vor sechs Monaten erlebt, als meine Tochter in die Welt gekommen ist. Ich kann mir nicht, ich kann nicht verstehen, wie jemand nicht an Gott glaubt. So etwas Wunderschönes kann kein Zufall sein. Es kann kein Zufall sein. Meine Augen und die Nase meiner Frau. Es ist abgefahren. Und wie ist es entstanden? Und ich denke mir so, ich weiß schon, wie es entstanden ist. Keine Sorge. Was ist das für ein Steinzeit-Prediger? Aber versteht ihr was? Für mich ist es einfach ein Wunder. Und ich habe allen Leuten erklärt, und ich lebe in diesem Wunder, ich habe gesagt so, Gott, my goodness. Das ist krass. Ich habe vor der Geburt habe ich oft die Frage gestellt, ich predige eine Predigt, weil ich diese Predigt selber durchlebt habe. Ich habe Gott gefragt, Gott, bist du noch da? Und Gott sagt, warte nur ab. Und die Kleine kam auf die Welt und ich denke mir so, Gott, I got my answer. Das muss ein Geschenk von dir sein. Und Leute, sie ist so süß. Am liebsten hätte ich hier ein Bild. Das meint ihr immer diese Pastor, wo sie erst mal ein Bild von ihrer Familie zeigen. Ich habe jetzt kein Bild dabei, deswegen. Ja, Instagram könnt ihr auch checken. Wenn wir überfordert sind, kommen wir oft an den Punkt, wo wir sagen, oh Gott, bist du noch da? Wir alle haben Überforderung erlebt. 1. Petrus 5,7 sagt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Matthäus 11,18 sagt, kommt ihr alle mühseligen, müden, beladen, kommt zu mir. Ich gebe euch Ruhe. Ich gebe euch Frieden. Mein Joch ist easy, ist einfach, ist entspannt. Come to me. Jesus ist einladen. Und er lädt nicht nur die Heiligen und die Perfekten ein, er lädt die mühseligen, beladenen. In meiner Ghetto-Version, ich bin in Frankfurt groß geworden, ich bin direkt aus der Hürde. Alle kaputten, Drogenabhängigen, alle kommen zu Jesus. Das wäre meine Übersetzung. Die gibt es leider noch nicht. Wird es auch nicht geben, ist ja egal. Wenn alles zu viel ist und Überforderung ist, fragen wir uns das. Der zweite Punkt. Wenn alles anders läuft, als geplant. Wer kennt es? Ey, ganz ehrlich, jetzt mal, ich liebe die Verheißung Gottes, die sind ja und amen. Amen. Wie die Bibel sagt, ich halte an den Verheißungen, an den Prophetien über mein Leben und ich habe vieles in Erfüllung gesehen. Und ich möchte dir ein prophetisches Wort geben, heute, an diesem Morgen. Und dieses Wort ist, alles wird anders laufen, als du planst. Weil Jesaja 55, 8 sagt, meine Wege sind höher als deine Wege. Meine Gedanken sind viel weiter. So weit der Himmel von der Erde entfernt ist, so weit, so hoch, sind Gottes Pläne für dein und mein Leben. Come on, wer ist dankbar, dass Gottes Kalender nicht unser Kalender ist, dass er größere Gedanken hat. Come on. Er hat viel bessere Dinge. Aber mal ganz ehrlich, wenn Dinge anders laufen, als geplant, ich möchte jetzt niemanden hier offenden, aber ich höre das oft, wo Leute kommen und sagen, hey, ich bin jetzt 32 und immer noch Single, aber ich hatte geplant, mit 23 zu heiraten, mit 24 das erste Kind, das heißt direkt an der Hochzeit nachts loszulegen, mit 25 das zweite Kind, mit 26 das dritte, und dann mit 30 habe ich mein Haus, mit 35 habe ich schon meine eine Million verdient, aber jetzt bin ich Paar und 30, ich bin broke, Single und ich bete Gott in einem Zelt an. Spaß. Der Herr hat ein Gebäude für euch. Praise God. Ich feiere das übrigens. Das ist Revival. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich will euch nicht zu nahe treten, aber oft ist es so, what the heck, was passiert in meinem Leben? Es läuft alles anders als geplant. Millennials-Generation. Wir sind die Generation mit Zielen und Schritte zu, oh, mit 30 finanziell unabhängig. Gibt es unglaublich viele Bücher. Oh, mit dem habe ich das erreicht. Es geht sehr viel um Selbstverwirklichung. Es ist nicht das Evangelium. Und dann kommen wir an einen Punkt und wir sagen, wait a minute. Ich wurde enttäuscht von meinem Leiter. Ich wurde enttäuscht von meiner Familie. Ich wurde enttäuscht von Beziehung. Ich wurde enttäuscht von A, B, C, D. Und du wirst merken, alles ist anders gelaufen in deinem Leben. Und jetzt stelle ich dir und mir die Frage, ist Gott immer noch Gott, wenn alles anders läuft in deinem Leben? Darf Gott uns auch mal in Frage stellen? Kann er uns auch mal die Frage stellen, wo bist du eigentlich? Crazy. Schau mal, ich liebe Glaubensmatch. Wir haben für die Geburt gebetet meiner Frau und unser Gebet war so, Herr, meine Frau hat mich immer ausgelacht. Ich habe gesagt, Gott, wenn unsere Kleine geboren wird, ihr Entbindungstermin ist der 7. April. Ich so, Herr, ich bitte dich, ich will unsere kleine Tochter am 5. April haben. Um 21.43 Uhr, also zwei Tage vorher, um diese Uhrzeit, und irgendwann um 18, 19 Uhr gehen wir erst ins Krankenhaus. Also nur zwei Stunden Leidenszeit. In Jesu Namen, Amen. Das war mein Gebet. Dann war der 15. April. Und Gott, und das war crazy, und die Frau hatte mehrere Tage wehen, dann Herztöne der Kleinen waren unten, ihr Puls ist nach unten gegangen, Not-Kaiserschnitt. Komplett anders gelaufen als geplant. Und Gott hat mir in dem Moment die Frage gestellt, Hennock, bin ich immer noch dein Gott, wenn alles anders läuft, als du geplant hast? Wisst ihr, was für eine Zeit wir leben? My goodness, ist so gefährlich. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich möchte, dann existiert, Gott existiert nicht, weil ich immer noch Single bin. My goodness. Freunde, unser Glaube soll niemals abhängig sein von äußeren Umständen, sondern unser Glaube soll Einfluss nehmen auf jeden äußeren Umstand. Gott ist immer noch Gott, egal, was passiert. Und das Krasse ist, wir haben in unserer westlichen Kultur ein falsches Gottesbild. Und wisst ihr, wie unser Gottesbild aussieht? Unser Gottesbild sieht so aus. Nur wenn Gott das und das tut, dann ist Gott Gott. Und deswegen meinen wir unseren eigenen Gott, das ist Götzendienst. Freunde, Gott ist auch dann Gott, wenn die Geburt komplett schief gegangen wäre. Er wäre eben, egal was passiert, sogar die Bibel sagt, ihr werdet in dieser Welt durch Probleme sorgen gehen, doch habt keine Angst, ich habe diese Welt überwunden. Ich finde das so crazy, dass wir oft an diesem Punkt sind, wo wir Gott in Frage stellen und sagen, Gott, wo bist du? Nur auf, wie egoistisch ist das eigentlich? Oh Herr, meine Finanzen, sieht gerade nicht gut aus, das heißt, dich gibt es nicht, du bist doch nicht Jehova, Jaira. Er ist trotzdem der Versorger, auch wenn du es momentan nicht jetzt gerade erlebst, weil du bist gerade nur in einem Kapitel deines Lebens. Das Leben geht weiter, du weißt nicht, was Gott da macht. Frag doch mal Josef, wie hat er das gemacht? Als er im Gefängnis war, obwohl er es nicht verdient hat. Doch Gott hat den größeren Plan. Wir fragen oft Gott, wo bist du, wenn alles anders läuft, als geplant ist. Das dritte Szenario ist und darüber, ich glaube, ihr habt jetzt eine Serie, wo es auch um die geistige Welt geht, deswegen, ihr werdet diesen Punkt verstehen. Das dritte Szenario, wo wir Gott fragen, wo bist du, ist, wenn der Feind dich angreift. Anfestung. Erstes, Überforderung. Zweitens, Enttäuschung. Wenn wir enttäuscht worden sind und das dritte ist, Anfestung. Wenn der Feind dich angreift. Und das habe ich ganz stark für diesen Sonntagmorgen hier im Service. Einige von euch, ihr seid gerade so richtig unter Beschuss. Und wisst ihr, der Feind hat es immer abgezielt auf seine Kirche und auf die Leute, auf euch, auf jeden Einzelnen. Und wir wollen nicht in der Kirche darüber reden. Doch ich will dir sagen, dass die Anfechtung eigentlich ein Zeichen davon ist, dass Gott Berufung in deinem Leben hat. Der Feind hat Angst vor dir und weil er Angst vor dir hat, er ist wie ein kleiner Hund, der versucht dann laut zu bellen und versucht dir Angst zu machen und er greift dich an. Doch da, wo du gerade Angriff in deinem Leben hast, ich möchte heute da prophetisch hineinreden. Gott hat was Großes mit dir vor. Halte durch. Jesus wurde auch in der Wüste angegriffen. Doch wenn Jesus angegriffen worden ist, was hat er gemacht? Er hat gesagt, Ed is written. Er steht geschrieben. Freunde, du hast ein Schwert bekommen und das ist das Wort Gottes. Wenn der Feind dich angreift, stand firm. Nimm das Wort Gottes. Das sind diese drei Szenarien, warum wir fragen Gott, wo bist du? In Massa und Meriba, der Feind greift dich an. Er macht es über Träume, über verschiedene Wege, auch da, wo er offene Türen hat. Wisst ihr, als mein Bruder und ich groß geworden, ich habe ein bisschen von meiner Mom erzählt, wir sind wie Soldaten groß geworden. jeden Abend haben wir Epheser 6,12 gebetet und haben die Waffenrüstung Gottes angezogen und meine Mutter hat gesagt, ihr geht als Krieger schlafen, weil in der Nacht der Feind angreift. Sie sagt, ihr steht als Krieger auf und jeden Abend haben wir dieses Gebet gesprochen und ich nehme den Helm Gottes, das heil, ich nehme den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Kurt der Wahrheit, Schild des Glaubens und Schwert das Wort Gottes und wir rüsten uns und meine Mutter hat uns früh beigebracht, da gibt es einen geistlichen Kampf in dieser Welt und jetzt bin ich im Dienst zehn Jahre und ich darf erleben, seitdem ich 17 bin, wie Gott mich gebraucht und eins der größten Schlüssel ist, dass ich stark sein kann in Zeiten der Not, in Zeiten, wo der Feind angreift, wo er versucht, meine Familie kaputt zu machen, wo er versucht, meinen Dienst zu zerstören und ich stehe und ich fange an, das Wort Gottes über den Feind auszusprechen, weil der Feind hasst das Wort, weil das Wort Jesus Christus selber ist. Wenn alles zu viel ist, wenn alles anders läuft, wenn der Feind dich angreift. Ich möchte dir drei Tipps geben, wie wir in Massa und Meriba überleben. Drei Tipps, drei Dinge, die du mitnehmen kannst für dich, ganz praktisch und eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn du die ganze Predigt nicht aufgepasst hast und irgendwo woanders mit deinen Gedanken warst und geschlafen hast, no judgment, so easy, entspannt. Ich habe früher auch in der Kirche geschlafen, deswegen habe ich Gnade. es war nicht der Feind damals, es war the peace of God, come on. Amen. Wenn du aber jetzt aufpasst, diese drei Dinge nimmst, ist eigentlich genau das, was ich heute euch mitgeben möchte. Eigentlich sind die Predigten, kann man alles in fünf Minuten machen. Wir labern immer noch umrum, obwohl es kein Labern ist, das Wort Gottes. Nummer eins ist, in Zeiten, wenn du Masse und Meriba bist, dann remember und erinnere dich, was Gott getan hat in deinem Leben. Es kann sein, dass Gott mit in deinen Erinnerungen lebt in Zeiten der Not. Ich liebe das in der jüdischen Kultur, das Pessachfest. Ihr seid vertraut im ICF damit, ganz stark. Im Pessachfest wird daran erinnert, was Gott gemacht hat, als das Volk Israel befreit worden ist von der Sklaverei. Das machen die Juden immer, bis zum heutigen Tag, erinnern sie sich dran und erklären ihren Kindern, sie sagen ihren Kindern, schaut mal Kinder, das ist das Bittere und Gott hat uns aus dieser Bitterkeit rausgenommen. Und jede Plage wird durchgegessen gefühlt. Das ist krass. Schabbat, als ich in Israel war und wir Sabbat gefeiert haben, ich fand es richtig krass, an Sabbat, gedenkst du an den Ruhetag. Das brauchen wir in unserer Zeit, oder? Und jede Woche hast du einen Tag in der Woche, wo du daran denkst, was Gott getan hat. Die Schöpfung, dass er am siebten Tag geruht hat. Dass wir alles aus der Ruhe machen und nicht aus der Hektik, weil aus der Hektik entsteht nichts Gesundes, aus der Ruhe kommen gesunde Sachen. Jesus sagt, ich kann mit deinen sechs Tagen viel mehr machen, als mit deinen verrückten sieben Tagen. Aber da gedenkt man, Abendmahl, was machen wir beim Abendmahl, wenn wir das Abendmahl nehmen? Jesus sagt, nimm dieses Mal als Erinnerung und gedenk daran, was ich am Kreuz. In dem Moment, wo du das Abendmahl nimmst, nimmst du die Realität von dem Kreuz und von Golgatha in deiner Gegenwart. Wenn ich das Abendmahl nehme, wenn ich das Brot breche, ist das Körper von Jesus, bam, der Durchbruch für mich am Kreuz. Und wenn ich das trinke, das ist das Blut von Jesus Christus, was mich reinigt. Das Abendmahl, das Abendmahl, Jesus präsent, macht das Kreuz, die Botschaft. Durch das Abendmahl erinnern wir uns an das, was Gott getan hat. Noch heftiger, Joshua 4, 6 bis 7, als das Volk Israel durch den Jordan ging, nicht das Rote Meer, haben sie zwölf Steine mitgenommen. Ich habe es nie verstanden, warum nehmen sie zwölf Steine mit? Wollen sie die Steine anbeten? Nein, die zwölf Steine stehen für die zwölf Stämme in Israel. Und guck mal, was das Volk Israel macht. Die sagen, wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten diese Steine, was bedeuten diese Steine, sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade, des Herrn, als sie durch den Jordan gingen, sollen diese Steine für das Volk Israel ein ewiges Andenken sein. Diese Steine sollen den Kindern und deren Kindern und ihren Kindern eine Erinnerung sein, dass wir einen Gott haben, der einen Weg gemacht hat durch das Jordan. Er hat einen Weg gemacht durch das Rote Meer und er will treu sein, egal wo wir sind, dass er weiter einen Weg machen wird. In dem Moment, wo du dich dran erinnerst, Gott, wo bist du? Vielleicht in deiner Erinnerung. Erinnere dich, wo Gott dich herausgeholt hat. Power, es hat Power. Doch zum Glück lebt Gott nicht in unseren Erinnerungen. Er lebt auch in unserer Gegenwart im Heiligen Geist. Aber es beginnt mit dem Erinnern. Ich glaube, ich bin heute hier, um euch zu erinnern, dass wir anfangen wieder to remember. Was hat Gott in deinem Leben gemacht? My goodness, wenn ich zurückschaue, 2011, 17. November, Gott hat mich befreit, my goodness, von der Speisenröhne Entzündung geheilt. Wenn ich nur daran denke, ich kann heulen, weil ich so dankbar bin, weil kein Arzt mir helfen konnte, doch Gott mir geholfen hat. Ich bin auf die Knie gegangen, habe gesagt, Gott, hier gebe ich dir mein Leben. Ich sterbe jung für dich, ich gebe dir meine Jugend. Herr, gebrauche du mich in dieser Zeit, in dieser Welt. ich habe gesehen, dass du real bist. I don't need any proof. Du bist in mein Leben gekommen. Ich erinnere mich und es gibt mir Kraft. Wisst ihr, Gott hat zu uns gesprochen, 2021, durch Ben Fitzgerald, ihr kennt den, der war jetzt auch hier bei Night of Hope. Wir waren im Restaurant essen, schaut meine Frau an und sagt so, du wirst dieses Jahr schwanger. Und ich war so, Bro, don't do this. Das war nicht unser Plan. Ich sage so, I really feel it. Und Gott hat zu uns gesprochen, 2021 wird das Jahr der Gnade sein und ich war so, ist da ein Connection. Drei Monate später, meine Frau im dritten Monat schwanger. Let's go. Crazy. Und Gott hat gesagt, es wird das Jahr der Gnade sein. Und wir haben unsere Tochter Laiana Hope genannt. Laiana bedeutet, Gott ist gnädig. Jedes Mal, wenn ich die Kleine jetzt anschaue, ist es für mich wie so ein ewiges Andenken. Und wenn ich in ihren süßen Augen sehe, das sind auch meine Augen. Sorry. Sorry. Es war egal. Wenn ich in ihre Augen schaue, dann denke ich daran, mein Goodness, Gott, du bist gnädig. Und es kann sein, dass 2033 ich an einen Punkt komme, wo ich genau das brauche. Dann hoffentlich haue ich meine Tochter an und ich erinnere mich daran, was Gott getan hat. There is power when we remember. Zweiter Punkt ist, ich werde nicht ganz viel darauf eingehen, verlass dich nicht auf deine Gefühle. Deine Gefühle sind wichtig, sie sind Warnsignale. Your soul matters. Aber ganz ehrlich, dieses Lehre von verlass dich auf deinen Gefühlen. Jetzt mal ehrlich, das Problem haben wir mit vielen Machthabern, weil sie sich auf ihre Gefühle verlassen und ihre Gefühle verletzen. Nee, ich verlasse mich nicht auf meine Gefühle und Emotionen, ich verlasse mich auf den Herrn. In Masta und Meriba verlasse ich mich nicht auf meine Gefühlen. Gott, wo bist du? Es ist vielleicht ein Gefühl, aber es ist nicht die Wahrheit. Und der dritte Punkt ist, bleibe nicht in Masta und Meriba, sondern fang an weiter zu laufen. Es ist okay zu zweifeln, aber bleibe nicht an dem Ort des Zweifels. Move on. Lasst uns einen Schritt weitermachen. Wir bleiben nicht in Masta und Meriba. Wir sind nicht berufen, in Masta und Meriba ein Zelt aufzubauen. Wir sind berufen für das versprochene Land, wo Milch und Honig fließt. Church, ihr seid nicht berufen, da zu sein, wo ihr momentan seid, sondern Gott ruft euch in eine weitere neue Realität. Und Gott sagt heute zu euch, an diesem Sonntagmorgen, move on, auch persönlich in deinem Leben. Bleib nicht in der Trauer, bleib nicht in dem Schmerz, bleib nicht in der Bitterkeit, sondern move on, lauf weiter. Ich habe größere Dinge für dich geplant. Gib nicht auf, mein Sohn, meine Tochter, ich bin noch nicht am Ende. Und wenn ich nicht am Ende bin, bist du noch nicht am Ende. Let's move on. That's it. Und ich würde jetzt gerne meinen Predigtitel ändern. Ich würde vielleicht die Predigt nicht nennen, Gott, wo bist du? Sondern ich würde fragen, wo bist du? Weil die Frage in dem Ganzen ist nicht, wo Gott ist, sondern wo sind wir? Oft sind wir lost. Wir sind Schafe, die sich verirren. Warum hat Gott uns Schafe genannt? He knew. Es gibt so coole Tiere. Egal. Ich meine es ernst, Hauptsache lebt der Löwe, Judea in uns, das ist gut. Die Frage ist nicht heute, wo bist du Gott, sondern wo bist du? Wait, vielleicht ändere ich noch mal, darf ich noch mal die Message ändern? Vielleicht sollte mein Titel, ist die dritte Änderung, vielleicht ist meine Predigt heute nicht, wo ist Gott, sondern wer ist Gott? Weil als Gott sich Mose vorstellt, stellt er sich vor als der Gott. Ich bin der Gott, der ich bin. Ich bin der, übersetzt im Hebräischen bedeutet es, ich bin der Gott, der da ist. Oh my goodness. Gott sagt in meinem Namen, in meinem Wesen, ich bin der Gott, der da ist. Das heißt diese Frage, wo bist du Gott, ist eine wichtige Frage. Wir müssen die Spannung aushalten, doch in dem Namen Gottes, im Charakter Gottes, steht geschrieben, ich bin der Gott, der da ist. Deswegen Mose, geh zum Volk und sag, ich bin der da ist, hat dich gesendet. Und Gott sendet Mose und sagt dem Volk, ich bin der da bin, hat mich gesendet. Und Mose, und das Volk Israel, versteht es nicht. Freunde, ich möchte euch heute sagen, Gott ist der Gott, der da ist. Deswegen, es geht nicht darum, wo Gott ist, sondern es geht darum, wer Gott ist. Und wenn wir erkennen, wer Gott ist, werden wir wissen, wo er ist. Und Gott ist heute hier, mitten unter uns, in Singen, in diesem Zelt. Come on Church. My goodness. Gott ist hier. He's in this place. Er ist nicht nur irgendwo da in der Luft, sondern er ist mitten unter uns. So schön, dass du dabei warst. Lass uns doch ein Like da und Tipp auf Abonnieren und auf die Glocke. Dann wirst du kein Video mehr verpassen, das von uns online geht. Uns wird es aber auch riesig freuen, dich in Person kennenzulernen. Komm nochmal sonntags vorbei, in einer von unseren Locations und dann wird es uns riesig freuen, dich dort kennenzulernen. Auf der Seite haben wir einen QR-Code zu PayPal und auch einen Link mit anderen Zahlungsmethoden, wenn du sagst, dass du uns finanziell unterstützen möchtest. Vielen Dank für alles, was du gibst. Uns wird es auch riesig freuen, dir zu helfen, in deinem Leben mit Jesus durchzustarten. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann kontaktiere uns mit dem Kontaktformular unten in der Beschreibung und dann wollen wir dir helfen in den ersten Schritten mit Jesus. Und auch wenn du was mit Jesus erlebt hast, hey, dann lass es uns auch wissen, wir wollen es mit dir mitfeiern und dir auch helfen auf deinem Weg mit Jesus. Und freut's, wenn du dabei bist und dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.